Musik Am heutigen Tag erscheint die FIFA 12 Demo. Die PC-Fassung könnt ihr auf der Homepage des Spiels runterladen, die Besitzer einer Xbox 360 können sie im Laufe des Tages über den Marktplatz herunterladen und für die Playstation 3 wird es erst morgen einen entsprechenden Download geben. Im kommenden Ego-Scooter Battlefield 3 soll die Kampagne eine große Rolle spielen. Diese Meinung untermauerten Entwickler DICE und Publisher EA mit Hilfe eines Videos, das eindrucksvoll einen Nachteinsatz im Lauf der Kampagne zeigt. Die Operation Guillotine, genannte Mission, bietet reichlich Action und wirkt auch aufgrund der Dunkelheit sehr intensiv. Dazu ist zu sagen, dass das Video ausschließlich aus Gameplay-Szenen besteht, denn man könnte denken, es wären gerenderte Sequenzen. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Vor kurzem wurden die ersten Straßenpreise zu AMD's Bulldozer bekannt. Ein Online-Shop listet drei verschiedene Modelle schon bereits mit Preis. Darunter wäre einmal der langsamste, der FX6100 mit drei Modulen und sechs Kernen, bei einem Basistakt von 3,3 GHz und 3,9 GHz Turbo-Takt, sowie 6 MB L2-Cache und 8 MB L3-Cache bei einer TDP von 95 Watt. Dieser Preis liegt bei 188 US-Dollar. Als nächstes kommen die Modelle FX8120 und 8150, die jeweils 221 und 266 Dollar kosten, und einen Basistakt von 3,1 GHz bzw. 3,6 GHz und einen Turbo-Takt von 4,0 GHz bzw. 4,2 GHz haben. Als L2- und L3-Cache haben sie beide 8 MB und beide ebenso eine TDP von 125 Watt. Die Ablösung von Intels SSD 510-Serie durch die SSD 520-Serie rückt näher. Im vierten Quartal diesen Jahres sollen die SSDs der 520er-Serie erscheinen. Diese kommt ebenfalls im 2,5 Zoll Formfaktor und besitzt wie die SSD 510-Serie eine SATA 6 GB pro Sekunde Schnittstelle, wird aber auf MLC-NRND in 25 anstatt 34 Nanometer Sätzen und sowohl in größeren als auch in kleineren Speicherkapazitäten erhältlich sein. Alpenfön hat mit dem Himalaya einen neuen CPU-Kühler für 140 bzw. 120 mm Lüfter vorgestellt. Mit 143 mm ist der Kühlkörper nur minimal breiter als ein 140 mm Lüfter und dank der Tiefe von 55 mm lassen sich auf dem Mainboard sämtliche RAM-Bänke vollständig bestücken, selbst bei großen Headspreadern. Nun eine News für die Mac-User. Die neueste Entwicklerversion von OS X 10.7.2 bietet die Integration von iCloud. Bisher musste der Cloud-Dienst separat installiert werden, da die neueste Testversion 11C55 umfasst 2,1 GB und aktualisiert große Teile von Lion. Die finale Version des zweiten Updates für Mac OS X 10.7 wird für Ende des Monats erwartet. Eine weitere News von Apple. Apple keine Sicherheitsupdates mehr für Macs mit PowerPC. Den Fix für DigiNotar-Zertifikate gibt es nicht für OS X 10.5 alias Leopard. Offenbar ist das OS von 2007 jetzt auch bei Sicherheitsupdates auf dem Abstellgleis. Zumindest die jüngste Aktualisierung lässt sich aber auch von Hand konfigurieren. Intel macht nun ernst mit Android. Intel hatte bereits im März diesen Jahres angekündigt, Android für x86 Prozessoren portieren zu wollen. Dass man es damit jetzt ernst meint, beweist ein kleines Werbevideo, das jetzt veröffentlicht wurde. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. China verlängert Googles Internetlizenz. Google darf weiterhin Inhalte in China anbieten. Die Suchergebnisse kommen aber auch in Zukunft nur über Hongkong und unzensiert. Google könnte sich aber wieder stärker in China engagieren und verhandelt über Online-Kartendienste. Das war Nuni News. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über Kommentare und Bewertungen freuen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.